Jo Leute Hallo wir rasten jetzt richtig aus auf einmal nach dem ganzen ja Problem ich sag ja die eine Welt war das nur wegen dem fressenden Fisch aber jetzt ist easy peasy manches manches was macht er denn eigentlich läuft einfach nur rum manche wollen einfach nur spazieren gehen aber das war gemein das war echt gemein dass sie da dass sie einfach jetzt hier schon das Ende machen richtig richtig böse 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 ja jetzt bin ich schon wieder das war auch hier oh das sieht nicht gut aus da kann ich schieben oh ich muss nach rechts ja aber egal geil ist geil alles geil der Kup auf Kollisionskurs Guck her du mach die Splatou oh der wirft das oh Gott ACH Boah 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 hat nicht jeder drauf oh shit kann ich euch nicht oh hell zack so die Kacke rausgeprügelt rausgeprügelt aus der Röhre rausgeprügelt aus der Röhre der Bastard die geben dir da ist der Blockkammer verschwunden ey bevor du ihn werfen konntest stand mit leeren Händen da ja ohne Geschenken so nicht mal nen Kuchen ey nix ey gar nix boah wirds jetzt gebohrt um die Uhrzeit pfff entschuldigung ne bei mir hörst du das nicht ne ok ist ja besser so da hört das an wir haben so superohren zwei Uhr boah schade der Ansatz war da also der Ansatz war gut da hab ich mich aber leider Panik Panik ey Panik Room Panik Room Judi Foster den hab ich sogar vor kurzem gesehen zum ersten Mal erst ja ich noch nie war jetzt nicht so jetzt hör ich's jetzt hör das ey ich drücke ne ohne Mist ziehn neue Leute ein ohne Mist ziehn neue Leute ein äh tatsächlich sind schon welche oben neu eingekommen warum hast du nicht vorher Bescheid gesagt hätte ich die Wohnung gekauft äh tu ey ich find erstmal nen Job hier ich kauf ne Wohnung einfach ich kauf ne Wohnung wohne ich da einfach machen können ey das ist ja witzig gewesen aber hier ist nicht so gutes Internet ja leider obwohl besser als bei dir bestimmt hey das stimmt ey ich brauche ne Superleitung ja ich hab auch Superleitung jetzt ach ja wir haben noch bestes Internet jetzt habt ihr jetzt mal richtige verlegt ne aber äh immer noch nicht ey ist da nix da ist ein Industriegebiet bei euch da müssen doch Kabel sein da müssen doch Internetanschlüsse sein ey Deutschland ist so richtig Steinzeit was Internet angeht ey was ist er denn hier für ein Kämpfer weißt du Südkorea egal hinter links ein Dorf Glasfaserkabel verlegt ja und bei uns ey kannst du mal Glück haben wenn du ein Kupferkabel grad noch in deinem Dorf hast Kim ey ja ich mein Südkorea ich mein es der hat schon die Medizin entwickelt ey dass alle Krankheiten heilen kann ja ja und es gibt das Handy fürs Volk endlich das Handy ey nimm dir doch den Pilz ich überlass dir das einfach ich will ein bisschen Challenge Challenge laber doch nicht ey ja wie darf ich nicht darfst du schon aber laber nicht so ein Scheiß wie das ist doch kein Scheiß ja jetzt okay ganz normaler Talk Crash Talk ne man real talk Kappa Mist da oben no Kappa no Kappa no Kappa das eigentlich auch ein bisschen Awesome Games leider nicht ich hab das total also ich wusste dass das kam aber ich ich hatte ja ich hätte nicht irgendwie Lust darauf ich werde glaube ich es noch nachholen ein bisschen ein bisschen ja ein paar Runs lohnt sich Duckfist zum Beispiel ja das gucke ich mir auf jeden Fall weil das ist ja einer meiner Lieblings Speedrunner ja da hab ich letztens äh Metroid gespielt mit Super Metroid mit 90 mit was? äh hallo? äh was soll ich sagen? schlagerfuss? schlagerfuss? äh 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 ähm hier äh der hat Super Metroid mit einer 90 Grad Mod gespielt was bedeutet das? die Welt war um 90 Grad ernsthaft? das ist ja witzig ja ja und du äh war komplett schaffbar du musstest halt die halbe Zeit nur Wandsprünge machen also ich hätte es nicht geschafft weil ich kann die auch nicht sind so schwer ja und die hättest du halt eigentlich nur machen müssen also es wird erst leicht sobald du einen Space Jump hast wenn du durch die Luft fliegen kannst aber vorher wird es halt echt schwer wow du hast es nicht kommen sehen ich habe es kommen sehen aber ich wollte das noch schaffen One Love habe ich noch One Love habe ich noch heute Polizit Dings Blue Feiertag ja hey Blue Leute was verbindet euch mit Blue? das ist 2 Tages ja was ist euch Schönes passiert als ihr Blue Musik gehört habt hört ihr eigentlich Blue? kennt ihr Blue? jeder kennt Blue eigentlich schon oder? die waren doch schon weltweit eher schon die die Nummer Eins überall so wie Backstreet Boys und so. Die waren größer als Backstreet Boys. Ja, weiß ich nicht. Nein, also nicht. An der gleichen Stelle. Ich glaub nicht, aber die waren halt in England richtig. Ja, bei uns. Bei den Houdegen. Bei den Houdegen, ja. Oh, wie kack, Schloss, ey. Ich will das Schloss nicht machen, mach das lieber. Oh, ohne Witze. Oh, ohne Witze. CK. What? Maserfunker. So ist das mit CK. Ich hätte ja gern den Schuh gehabt, aber dafür brauch ich was anderes. Den da. Ich krieg den nicht so. Doch, hier, ich muss den. Doch, von unten, du musst dir von unten weghauen. Jetzt. Natscht er dich? Gumba? Gumba, please! Oh, Gumba! Ah! Ah! Jetzt ist es vorbei. Ich warte. Spiele hab ich keine Zeit mehr wahrscheinlich, aber egal. Ach so, du willst dieses Spielchen spielen hier. Jetzt. Jetzt aber. Jawollo! Wie der Schuh da noch auf einmal wächst, ey. Hä, hä, hä. Hä, hä. Wusst ich's doch. Zack. Ja, mit dem Schuh. Wo gibt's denn noch den Schuh? Schuh, 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 Schuh! Schuh town. Schuh people. Schuh town. Schuh people. Scheiße. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Ja, aber richtig, ey. Der Pennerschuh, ey. Ja, aber der Beste. Ich komme eigentlich auf die Idee, eine Serie zu machen, in der die Hauptprotagonisten Schuhe sind. Oh, lass mal hier, äh, Schuhe. Schuhe. Schuhe, ja. Schuhe. Merkste schon, oder? Ich hab mir hindert, ey. Millionen-Dollar-Idee! Äh. Boah, ich bin da müde. Ist ich nicht müde? Hä? Weg ist das. Wollen wir gleich noch Kaffee. Kaffee. Ist nicht einen schönen, starken, schwarzen Kaffee. Schwarzer, starker Kaffee, Junge. Ohne, ohne Milch und Zucker. Ohne Milch und Zucker. Du musst Level 1 noch machen. Ja. War ja nicht so schwer. Weiß ich nicht, ne. Wieso, weißt du nicht. Das hast du doch beendet hier. Ja, aber... Oh, der Chomp! Da bin ich wieder. Kugel-Willi würde ich wohl sagen. Kugel-Willi. Ja komm, er ist Generation Facebook. Der ist nicht mit Mario aufgewachsen. Der ist mit Mark Zuckerberg und... Rihanna aufgewachsen. Was erwartest du denn da? Ich könnte vieles sagen, wo es aufgewachsen ist. Ja. Aber... Das... diskutieren wir vielleicht mal ein andermal. Ein andermal so. Ja, sieht gut aus. Ich war ja bei Moritz. Ich weiß. Vor kurzem, ne. Ich hab so seine Schwester kennengelernt. Elli. Eigentlich voll nett. Ja, ist er auch. Konnte sich nur... Moritz stellt die immer da, als ob die so die... Oberzickeln... Ist die aber gar nicht. Ne, ich glaub auch nicht, ey. Ich glaub, Moritz ist halt einfach nur unausstehlich. Vielleicht. Vielleicht ist Moritz einfach nicht. Ja. Ist immer... Immer Bock da, wenn der Cleo kämen muss, weißt du? Ja, aber damit der rausgehen muss oder so? Ja, scheiße, ey. Ach, shit, ey. Hast du gesagt, fliegst du dich denn durch, oder was, ey? Das könnte hier irgendwie... richtig geiles Skill beweisen, aber... Der Moritz-Trash-Talk hat mich jetzt klassisch dich aus der Bahn geworfen. Ja. Wie er wütend. Er ist das Problem. Immer, oder? Die arme Nelly. Wie alt ist die jetzt eigentlich? Aua. 18 oder 19? Äh? Wie hat die den Moritz überholt? Ja, süße, Mann, ne? Irgendwann passiert das halt. Wenn man ewig 16 bleibt. Mach's nicht wie Nico, ey, bei dir, zuhause. Mach's noch vorher? Ja, ich weiß. Einfach nach rechts gesprungen. Was war los mit ihm, ey? Einfach Vollgas, ey. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Hey, ohne Mist! Ja, klar. Das geht mit den Leuten. Was geht? Das ist auch ein richtig schweres Level. Für dich, Nelly! Ja, was? Ja, was? Ah, weißt du, wenn du sogar am Duschen da gesagt hast, Oh, Nelly, kannst du mir gefallen, du? Ich hab mein Handtuch vergessen. Komm, bitte rein und bring mir eins. Das lustige ist, dass ihr Zimmer genau neben dem Badezimmer ist. Ja, siehste? So viel gerne, weißt du? Alter, komm. Wie ekelein Pissenhecken. Mann, ey! Ein Hammerschurm, ey. Bei mir ist alles schwarz. Okay, jetzt geht's weiter. Nelly, mein Handtuch! Nelly, was los? Ich bin hingefallen, Nelly! Ich bin jetzt verdammter Handtuch! Scheiße. Ja, ja, so, ey. Ich bin jetzt gerade abgelenkt von dieser Vorstellung. Aber wenn du schon mal dabei bist, komm ich mir auch mal unter ihm. Ja, ja, ja. Aber Handling, ich hab doch keinen Fall. Ach, Freundin, ey, wei. Scheiß auf Lukas. Lukas, ey. Äh, das war Level. Level!